Gott heile meinen Geist. Ich bin wieder in Versuchung. Ich bin gerade dabei, auszuholen, um meinen Bruder anzugreifen. Ich weiß, dass das lieblos ist. Ich weiß, dass das nicht meine geistige Natur ist. Ich weiß, dass das nicht meine wahre Natur ist. Ich weiß, dass ich damit weder mich erlöse noch ihn erlöse, sondern in Ketten lege und mich damit auch und eine Ebene damit bekräftige, die nur Illusion ist. Gott heile meinen Geist. Rette mich vor mir selbst. Heile meinen Geist. Hallo, ich bin Peri Soilu und Du bist hier beim Happy Cool Love Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Hi, ich freue mich, dass Du heute wieder hier bist beim Happy Cool Love Podcast bei Folge 167. Da sind wir schon. Und heute haben wir Dienstag, den 23. November 2021 und wollen uns wie immer hier in diesem Format die nächsten 20 bis 30 Minuten oder so nehmen, um in die Tiefe zu gehen, um Sinn aus dem zu generieren, was für uns und in der Welt passiert, mithilfe von Ein Kurs in Wundern. Ich freue mich, dass Du Dich wieder auf dieses kleine Abenteuer einlässt mit mir zusammen, bevor wir in die heutige Thematik einsteigen, wo es um ein sehr kurzes, aber sehr hilfreiches Gebet geht, was in Ein Kurs in Wundern vorkommt, nämlich Gott heile meinen Geist. Weil ein Kurs in Wundern uns sagt, dass das das Einzige ist, was wirklich Heilung benötigt, unser Geist. Nichts anderes benötigt Heilung, weil der Körper per se ist nichts, er kann nichts. Wir denken zwar auf der menschlichen Ebene, dass der Körper irgendwie irgendetwas kreieren kann, aber nur der Geist kreiert, nur der Geist erschafft oder er macht, weil er dem Ego traut. Aber der Körper per se ist nur ein Lerninstrument und ist nichts. Er ist ein Lerninstrument, solange wir unseren Zweck hier auf der Erde haben, den Gott uns gegeben hat. Und wenn wir den erfüllt haben, dürfen wir dieses Lerninstrument wieder ablegen. Unsere größten Hürden im Leben entstehen, dass wir nicht verstehen, dass dieser Körper nicht unsere absolute Wahrheit ist, sondern unsere geistige Welt unsere absolute Wahrheit ist. Und diese Erinnerung daran, was unsere Wahrheit ist, gibt uns ein Kurs in Wundern immer wieder und immer wieder. Und dafür bin ich und ich glaube Du auch sehr, sehr dankbar, sonst würdest Du wahrscheinlich hier nicht zuhören. Und genau dahin wollen wir gucken. Wir wollen gucken, was ein Kurs in Wundern uns immer und immer wieder über unsere Wahrheit sagt, damit wir diesen geistigen Muskel trainieren. Denn ich halte an meiner Annahme nach wie vor fest, dass wir in diesen Zeiten der Menschheitsgeschichte vor allem uns und unserer Umwelt einen Gefallen tun, wenn wir diesen geistigen Muskel trainieren und ihn dann zu Hilfe holen, wenn es vor allem lieblos um uns herum wirkt. Damit wir der Anteil sind, damit wir die Person sind, die sich an unsere Wahrheit für andere miterinnern kann. Und der, der gerade klarer ist, hilft dem anderen, sein wahres Selbst wiederzuerkennen, indem er sich für sich selbst und für den anderen an die Wahrheit erinnert. So funktioniert es. Wenn wir denn diesen geistigen Muskel trainieren und trainieren und trainieren, sodass wir im Alltag, wenn es denn soweit ist, dass uns jemand wieder an unsere Grenzen führt, wo wir versucht sind, wieder in die menschliche Welt, in die menschlichen Illusionen einzuzahlen. Und versucht sind, davon uns leiten zu lassen und versucht sind, jemanden zu verurteilen, uns wieder aufwecken und sagen, Gott, heile meinen Geist, weil ohne dich werde ich diese Situation nicht in Liebe verlassen. Und ich möchte gerne in Liebe sein, weil das ist das Einzige, was jedes Mal fehlt, wenn etwas schiefläuft. Aber bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, wie immer, möchte ich nochmal kurz an dieser Stelle an einfach Dinge erinnern. Ich freue mich nach wie vor, dass wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht bei Apple Podcast warst, um diesen Podcast zu bewerten, wenn du das für mich tun würdest. Außerdem freue ich mich auch, wenn du die Produktion vom Happy Cool Love Podcast unterstützen magst. Auf meiner Webseite unter www.happycoollove.de slash podcast findest du den Unterpunkt Support und dort findest du heraus, wie du den Happy Cool Love Podcast unterstützen kannst, entweder mit einem freiwilligen Abo oder einer einmaligen Zahlung. Falls du in deinem Herzen verspürst, dass du das machen möchtest, freue ich mich auch darüber. Und dann gibt es immer noch das Format Wunderwerk auf Clubhouse, wo Thorsten und ich zusammen mit dir in die Tiefe gehen mit dem Textbuch von Ein Kurs im Wunder. Wir suchen uns immer wieder einen Paragrafen, einen Absatz heraus und lesen den zusammen, versuchen zu verstehen, versuchen zu klären, was vielleicht noch nicht verstanden worden ist. Und geben uns größte Mühe, zusammen unseren geistigen Muskel zu trainieren. Komm vorbei, es könnte Wunder bewirken, wir freuen uns auf dich. So, das waren meine Ansagen, danke für deine Geduld. Es geht jetzt wieder weiter mit der heutigen Folge 167 vom Happy Cool Love Podcast, wo es um das kurze, aber machtvolle Gebet geht. Gott heile meinen Geist. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich schon wieder gemerkt habe, dass ich im Grunde genommen nichts weiß. Im absoluten Sinne, ich weiß einfach nichts. Ich denke, manche Dinge zu verstehen oder manche Dinge in irgendeine Kategorie stecken zu können, aber im absoluten Sinne kann ich das nicht haltbar machen, was ich denke auf menschlicher Ebene. Ich weiß nicht, was der absolute Plan ist. Ich weiß nicht, was im absoluten Sinne Gott sieht, was wir gerade übersehen, weil wir in dieser menschlichen Hülle stecken. Und ich muss mich immer wieder disziplinieren. Ich muss nicht mal, ich möchte es. Es ist mein großer Wille, es zu schaffen. Ich bin bereit dazu, mich immer wieder zu disziplinieren, mich daran zu erinnern, dass diese geistige Ebene einen viel totaleren oder den totalen Blick auf die Gesamtheit hat. Und somit gut und richtig einschätzen kann, wozu alles da ist, was ich in meiner menschlichen Hülle nicht kann. Und daran muss ich mich immer und möchte mich immer wieder daran erinnern, weil ich merke, dass das einer der größten Lektionen ist, die wir in dieser menschlichen Hülle lernen dürfen. Dass wir im Grunde genommen nichts wissen. Ich weiß nicht viel. Ich gebe mir die größte Mühe, in meiner menschlichen Version den Heiligen Geist mir zu Hilfe zu holen und ein Gebet zu sprechen, wenn ich Entscheidungen treffe. Und ein Kurs in Wundern sagt ja, wenn wir ein Gebet sprechen, den Heiligen Geist dazu holen, um eine Entscheidung zu treffen, werden wir wissen, dass es schon eine gute Entscheidung gewesen sein wird, wenn wir dann Frieden verspüren. Also mein Indikator ist dann, verspüre ich Frieden oder nicht. Und dann weiß ich, okay, es könnte eine gute Entscheidung sein, ich habe sie nicht alleine getroffen. Was ich auch oft genug tue, wenn ich mich zu sehr, wenn ich so versucht bin, in diesem menschlichen Dasein mich wieder zu verlieren, ist, dass ich mich stoppe und auch immer mal wieder sage, Gott heile meinen Geist. Gott heile meinen Geist, weil das ist das Einzige, was Heilung benötigt. Hättest du kein anderes Gebet, wäre es genug, nur dieses Gebet zu nutzen. Gott heile meinen Geist. Wenn du wirklich bereit bist und sozusagen aus dem Herzen heraus dieses Gebet sprichst, ist es das Einzige Gebet, was du wirklich benötigen würdest, um eine Veränderung zu verspüren, wenn du es wirklich so meinen würdest. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass ein Kurs in Wundern dir immer mal wieder Gebete anbietet. Das Buch ist durchspickt mit wunderschönen Gebeten. Dieses Werk ist zwar so dick, es hat zwar so viele Seiten, aber die Botschaft ist denkbar einfach. Ich glaube, bloß in unserer menschlichen Version würde es uns nicht genügen, wenn wir da nicht 50.000 Erklärungen dazu hätten, das einfach anzunehmen. Zu sagen, okay, im Grunde genommen muss ich Gott heile meinen Geist sagen und es wirklich so meinen, damit tatsächlich ich von innen nach außen eine Veränderung bemerke. Dieses Werk ist genial geschrieben. Einerseits, dass wir solche präzisen Instruktionen bekommen mit, jedes Mal, wenn ich versucht bin, kann ich dieses kurze Gebet sprechen. Dauert ja nicht lange. Gott heile meinen Geist. Ich bin wieder in Versuchung. Ich bin gerade dabei auszuholen, um meinen Bruder anzugreifen. Ich weiß, dass das lieblos ist. Ich weiß, dass das nicht meine geistige Natur ist. Ich weiß, dass das nicht meine wahre Natur ist. Ich weiß, dass ich damit weder mich erlöse noch ihn erlöse, sondern in Ketten lege und mich damit auch. Und eine Ebene damit bekräftige, die nur Illusion ist. Gott, heile meinen Geist. Rette mich vor mir selbst. Heile meinen Geist. Damit verschiebst du schon was, wenn du wirklich einfach nur vertraust, dass es so einfach sein kann. Ich finde den Kurs auch mega genial, weil er uns oft genug mitteilt, dass die Botschaft des Werkes sehr, sehr, sehr einfach ist. Und weil die Botschaft so einfach ist, kann man diese Botschaft auch tatsächlich in ganz wenigen Worten zusammenfassen. Nur die Wahrheit ist wahr. Alles andere ist belanglos. Aber wie gesagt, es reicht uns oft nicht. Ich glaube, wir würden dem Werk nicht trauen, würde es nur diese drei Worte oder diese zwei Sätze hinschreiben. Dann würden wir denken, ja, okay, und wo sind die Beweise? Oder was auch immer. Unser Ego würde sich tausend Sachen einfallen lassen, damit die Wahrheit nicht so simpel sein kann. Aber tatsächlich ist es einfach und gleichzeitig nicht einfach, weil es ist die größte Lektion für uns, zu verstehen, dass nur die Wahrheit wahr ist und alles andere belanglos. Weil darin verstricken wir uns ja die ganze Zeit. Wir geben dem Belanglosen die Macht, während die Wahrheit in den Schatten gerückt ist. Das ist wirklich unsere größte Lektion, die uns am schwierigsten fällt, anzunehmen. Ich habe uns mal aus dem Textbuch einen Absatz rausgesucht, wo genau auf diese Einfachheit des Kurses eingegangen wird. Wir sind auf Seite 497 im Textbuch und dieser kleine Absatz geht wie folgt. Dieser Kurs ist leicht, gerade weil er keine Kompromisse schließt. Doch denen kommt es schwierig vor, die noch immer glauben, Kompromiss sei möglich. Heißt, Ego ist wahr, Wahrheit ist wahr. Der Kurs sagt, sorry, nur die Wahrheit ist wahr, Ego ist Illusion. Wir haben da keine Kompromisse. Wir können nicht 50% im Ego sein und 50% in unserer wahren Natur und die Wahrheit leben. Damit bekräftigen wir wieder beide Seiten, Wahrheit und Illusion. Also es gibt keinen Kompromiss. Es gibt nur Wahrheit und das ist dann wahr. Und dann ist Gott Liebe und dann sind wir auch Liebe. Oder es gibt das Ego und dann ist Gott angstbesetzt und wir sind angstbesetzt und wir sind gefangen in einer Hölle. Es gibt diese zwei Welten, wobei es in Wahrheit nur eine Welt gibt, weil das Ego ist nur Illusion. Wie gesagt, ich glaube, auch wenn die Botschaft des Kurses denkbar einfach ist, ist die Umsetzung das, was uns einen Knoten in den Geist macht, den wir wieder entwirren dürfen. Weil unser ganzes menschliches Denksystem damit völlig auf den Kopf gestellt wird. Alles, woran wir geglaubt haben, alles, wo wir gedacht haben, aber vielleicht ist das Ego doch ein bisschen wahr. Nein, weil entweder ist das Ego wahr, wenn es ein bisschen wahr ist, oder unsere geistige Ebene ist wahr, unser wahres Ich ist wahr. Weil entweder hat dann das Ego recht oder Gott hat recht. Aber beide können nicht recht haben. Es geht nicht. Ich glaube, dass unsere größte Hürde, warum das die schwierigste Lektion für uns ist, ist, dass unser System, auch wenn wir es verstandsmäßig erfassen, dass dieser Kurs im Grunde genommen ganz einfach zusammengefasst werden kann. Nichts Unwirkliches existiert, nichts Wirkliches kann bedroht werden. Hierin liegt der Frieden Gottes. Steht ja auch ganz am Anfang in Ein Kurs im Wundern im Textbuch, dass das Werk so zusammengefasst werden kann. Aber das überfordert unser System. Ich glaube, wir verstehen, was die Worte meinen. Aber wir können es irgendwie nicht übersetzen, in was das dann in dem Moment für uns bedeutet, für unser Leben bedeutet. Ich glaube, als wenn wir noch dorthin aufholen müssen. Ich weiß, es ist schwer auszudrücken. Es ist so, ja, ich verstandsmäßig ist bei mir angekommen, was das bedeutet. Aber was das wirklich bedeutet, ist bei mir noch nicht angekommen. Oft ist es so, weil all die Prinzipien, all diese Grundsätze, all das, was ein Kurs im Wundern uns näher bringt, diese Botschaften, diametral entgegengesetzt sind von dem, was wir in unserem dominanten Denksystem, was auf dem Ego beruht, was auf Angst und Mangeldenken beruht, gelernt haben. Das von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich zu verinnerlichen, zu erkennen und damit zu verkörpern und auszudehnen, gelingt uns allen nicht immer, was total legitim ist. Was ich total verständlich finde, das ist völlig okay. Ich finde es einfach nur so mega spannend, weil dieses Werk bringt uns universelle Prinzipien bei, die das Leben ausmachen. Und ich meine Leben in Großbuchstaben, ich meine nicht Leben auf menschlicher Ebene, ich meine das Leben, Leben. Ich meine das, was wir in Wirklichkeit sind. Die das ausmachen, dieses Bewusstsein, was wir in Wirklichkeit sind. Das sind diese universellen Prinzipien, die dem unterliegen. Wir als Menschen können uns auf den Kopf stellen. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Diese Prinzipien sind nicht diskutierbar. Sie sind kompromisslos. Und sie sind auch nicht schwer zu verstehen. Wir haben einfach nur Schwierigkeiten, sie anzunehmen. Es ist nicht nur, dass es ein Gebet ist, was ganz leicht auszusprechen ist, nämlich Gott heile meinen Geist. Oder wie leicht der Kurs zusammenzufassen ist, nämlich nur die Wahrheit. Es war alles anderes belanglos. Oder, das ist das dritte, worüber ich dann nachgedacht habe, was auch noch eine große Hürde ist. Aber es ist völlig leicht zu verstehen, wie es geht. Dass wir zurücktreten und dem Heiligen Geist die Führung überlassen, da vertrauen wir auch immer nicht. Weil wir denken dann immer wieder, das kann so nicht funktionieren. Ich werde dann ein Sklave vom Heiligen Geist. Dass wir die ganze Zeit hier schon Sklave des Egos sind, ist uns in dem Moment scheißegal, weil wir vertrauen nicht, dass der Heilige Geist unser Führer, unser innerer Lehrer sein kann. Und dadurch, dass wir ihm sozusagen die Macht geben, Entscheidungen für uns zu treffen, dass wir dadurch uns befreien von allem, was das Ego uns als Last aufgegeben hat, ist für uns manchmal völlig schwer zu verstehen, völlig schwer zu erkennen und anzunehmen. Wir sind die ganze Zeit in der Gefangenschaft des Ego. Es hat uns mega versklavt und ein Kurs in Wundern sagt uns, wie einfach es im Grunde genommen ist, wieder frei zu sein. Aber wir trauen dem nicht. Wir denken, ja, wenn ich dann dem Heiligen Geist sage, ich trete zurück und überlasse dir die Führung, dann bin ich ja abhängig vom Heiligen Geist. So, das ist nicht, was das Ego mit uns macht. Ich will ja lieber, dass wir in seiner Gefangenschaft bleiben, als in der Freiheit, weil wir wissen, wir können solche großen Entscheidungen gar nicht alleine treffen, weil der Heilige Geist hat ja die Bewandtnis, dass er mit Gott verbunden ist, die Totalität von allem kennt, aber gleichzeitig auch die menschliche Ebene wahrnimmt. Das heißt, dieser innere Lehrer, den wir haben und der auf unsere Einladung uns helfen kann, weil er würde niemals unseren freien Willen übergehen, wir müssen ihn dazu einladen, uns zu helfen, hat dadurch, dass er die Totalität sieht und auf menschlicher Ebene auch sieht, wo wir Korrektur brauchen, dem Ego gegenüber einen Riesenvorteil, will ich jetzt mal sagen. Aber, wie gesagt, wir merken nicht, dass unsere Normalität ist, dass das Ego uns versklavt hat und haben Angst, dass wenn wir sagen, hey, Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe, übernimm du, weil alleine schaffe ich das nicht, ich entscheide mich einfach nur blöd, weil ich getrennt von dir und getrennt von Gott nur dumme Entscheidungen treffe, haben wir Angst, dass wir dann nicht mehr das Sagen über uns haben, was wir eh nicht haben. Das ist ja das Paradoxe. Wir haben es ja gar nicht, weil wir dem Ego vertrauen die meiste Zeit. Ich habe irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist, für die Vorbereitung dieser Folge, habe ich einen Kurs im Wundern aufgeschlagen und dann war ich auf Seite 70 im Handbuch für Lehrer und es hat wie die Faust aufs Auge zu dem Thema Heiliger Geist und ihm die Führung überlassen gepasst und der eine Absatz, bei dem ich hängen geblieben bin und den ich hilfreich für uns hier finde, den werde ich uns mal hier vorlesen. Und zwar geht es darum, dass wenn wir vertrauen und sagen, ich traue dem Heiligen Geist, ich traue meinem inneren Lehrer, dass er mich besser führen kann, als ich mich selber führen kann, aus meinem kleinen Bewusstsein, aus meinem menschlichen Bewusstsein, in der Verbundenheit führen kann und nicht in der Trennung mich lässt, weil das ist ja das, was ich, wenn ich diese Hilfe nicht in Anspruch nehme, entscheide ich alleine und in einem Gewahrsein, dass ich scheinbar getrennt bin. Und auf Seite 70 im Handbuch für Lehrer steht etwas wirklich Spannendes dazu, nämlich, dass wenn wir dem Heiligen Geist dann endlich mal vertrauen, dass er als unser innerer Lehrer es wirklich besser weiß für uns, als wir es selber wissen, wir ihm die Entscheidung für uns überlassen, dass wir uns von Schuld freisprechen. Wir sprechen uns von der Schuld los. Und das ist möglich, weil es Schuld nur auf einer menschlichen Ebene gibt. Schuld empfinden wir nur, und das ziemlich dauerhaft, bewusst oder unbewusst, als Menschen, weil wir denken, das Ego denkt, aber wenn das Ego denkt, denken wir ja gar nicht in Wirklichkeit, das ist nur nebenbei, dass wir Gott angreifen können, dass wir wirklich Ego-Autonomie kreieren können, dass wir getrennt von Gott sind, dass wir Gottes und andere Aufgaben, die nicht uns gehören, sondern Gott oder dem Heiligen Geist usurpieren können. Und dadurch entsteht halt Schuld. Und wenn wir die Aufgaben, die dem Heiligen Geist gehören, wieder dem Heiligen Geist übertragen, sprechen wir uns von dieser Schuld wieder los, weil wir wieder die Dinge dorthin platzieren, wo sie hingehören. Und damit einer anderen Ebene die Wahrheit zu sprechen und damit sich auch Angst für uns auflöst und Schuld. Wenn wir uns dann also besinnen und sagen, ich lasse mich führen, weil allein kann ich gar nicht wissen, was das Beste für mich ist, erkennen wir an, dass es eine Instanz gibt, die diesen Job natürlicherweise innehat. Und das ist der Heilige Geist. Unsere Aufgabe ist es gar nicht, allein für uns zu entscheiden. Ein Kurs in Wundern sagt, wir müssen nie irgendetwas für uns allein entscheiden. Und mehr noch, wir können es auch in Wirklichkeit gar nicht. In diesem Prozess, dass wir die Dinge dorthin platzieren, wo sie natürlicherweise hingehören, wir folgen einfach nur, wir sind sozusagen die Glühbirne und der Heilige Geist ist die Elektrizität, die uns zum Leuchten bringt, wir folgen einfach nur, kehrt die Erinnerung an die Liebe wieder zu uns zurück. Weil wir nämlich diese Illusionen, dass wir die Aufgaben des Heiligen Geistes übernehmen können, ablegen. Das finde ich so spannend. Im Grunde genommen gibt es, ich sage jetzt mal, eine Art Schnelldurchlauf für einen Kurs in Wundern. Wir wissen nur, die Wahrheit ist wahr, alles andere ist belanglos. Wir wissen, wenn wir immer dann, wenn wir in Versuchung sind und sagen können, Gott heile meinen Geist, das ist das Einzige, was Heilung braucht. Ich fühle mich gerade wieder in Versuchung, irgendjemanden zu verurteilen. Heile meinen Geist, das ist das Einzige, was ich gerade von dir brauche. Und eine Entscheidung können wir immer treffen, indem wir sagen, Heiliger Geist, ich habe folgendes Szenario. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich entscheiden muss. Ich weiß, dass du mir helfen kannst. Hilf mir, ich überlasse dir die Führung. Und dann schauen, was passiert. Welche Eingebung hast du? Was sagt dir deine Intuition? Was sagt dir die leise Stimme im Innen, wie du jetzt am besten als nächstes weitermachst? Diese drei Dinge aus einem Kurs in Wundern, das ist ja nicht so schwer, sich daran zu erinnern. Kann sich das auch auf ein Papier schreiben oder auf ein Post-it, auf einen Spiegel und immer wieder wissen, hey, ich habe damit schon so viel an der Hand, womit ich durch diese Welt navigieren kann, die mich permanent in Versuchung führt, in der Angst zu sein. Das ist, was wir hier gerade erleben, den Umweg in die Angst. Permanent sagt uns das Außen und lockt uns das Außen mit Versuchung, wie wir wieder in diese Angst gehen können. Und wir können tatsächlich uns dazu entscheiden, unserem Inneren mehr Aufmerksamkeit zu schenken als dem lauten Ego im Außen, welches uns in Angst und Schrecken versetzen will. Im Grunde genommen dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass nicht die Angst der Ausweg aus der Angst ist, sondern nur die Liebe kann es sein. Nur die Liebe. Es wird anders nicht funktionieren. Noch ein Wort zu dem Ego. Ich habe irgendwann gedacht, ich vertraue dem Ego, das uneins mit mir ist. Das kam mir so in den Sinn, weil ich weiß, dass es eine Lektion in dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern gibt, die lautet, ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind. Ich vertraue allen Menschen, die eins mit mir sind. Eins sind sie nicht auf der menschlichen Ebene, sondern auf der absoluten Ebene. Auf unserer geistigen Ebene sind wir ja alle miteinander vereint. Und ich vertraue ihnen, egal was sie auf der menschlichen Ebene tun, dass auf einer absoluten Ebene alles seine Bewandtnis hat. Heißt nicht, dass ich mir auf menschlicher Ebene alles gefallen lasse oder Ja und Amen sage. Auch Liebe sagt Nein, aber wenn ich diese andere, diese geistige Ebene in die Situation mit einbeziehe, kann ich liebevoll Nein sagen. Kann ich klar sagen, hey, hier bin ich gerade raus. Also es ist schön, wenn ihr das so seht, aber ich muss einen anderen Weg gehen, weil mein Herz erzählt mir was anderes. Aber geht bitte in Frieden. Kannst du tatsächlich machen und kannst du viel besser machen, wenn du weißt, dass du mehr bist in jeder Situation als nur ein Körper. Und das ist, was ich immer verstehe unter diesem Satz, ich vertraue meinen Brüdern, die eins mit mir sind. Das heißt zwar, dass sie auf menschlicher Ebene bestimmt auch Dinge machen, die uns nicht gefallen, aber dass es immer eine geistige Ebene zu dieser Erfahrung gibt, die uns viel gütiger, viel vertrauensvoller, viel hoffnungsvoller, viel vergebender macht, als wenn wir nur auf dieser menschlichen Ebene sind. Und deshalb kam ich irgendwann auf diesen Satz, ich vertraue meinem Ego, das uneins mit mir ist, weil ich vertraue dem Ego tatsächlich, dass es das macht, wofür es da ist. Und wofür ist das Ego da? Es will mir und anderen wehtun, es projiziert, es verwirrt, es lenkt mich ab, es macht mir Angst, es verurteilt, es beschuldigt, es macht mir vor, dass ich nur ein Körper bin und ich mich schützen muss und verteidigen muss. Und es redet mir ein, dass ich getrennt bin von Gott und dann kriege ich noch mehr Angst und auch von den anderen Menschen, vor denen muss ich mich eh schützen, verteidigen und sie angreifen. Und dann sagt es mir ganz gewieft, oh ja, ich verstehe, du bist einsam, ja, so getrennt von allem sein ist ganz schön schrecklich, aber ich habe eine ganz tolle Idee. Es gibt diesen einen Menschen für dich, den musst du finden und dann redet es mir ein, was ich brauche. Es ist eine besondere Beziehung, wie ein Kurs in Wundern die ganze Sache nennt. Und das ist, wie das Ego funktioniert. Und ich bin dem Ego nicht böse oder Sonstiges, auch dem Ego kann man vergeben, weil es nicht wahr ist. Es ist nur eine Illusion, es tut nur seinen Job und das verdammt gut, das muss man dem Ego lassen. Und das Ego ist für mich immer wieder ein Indikator, dass ich merke, wenn ich in Schmerz bin oder wenn ich versucht bin zu verurteilen oder irgendwie eine Meinung bilde, dass ich mich aufwecken kann und wieder da ankomme, wo ich anfangs mit dieser Folge angefangen habe, dass ich im absoluten Sinne nichts weiß. Wenn ich mir einreden will, dass ich was weiß, dann wird es wahrscheinlich mein Ego sein, dass mir einreden will, dass ich was weiß. Im absoluten Sinne weiß ich nicht, wofür etwas gut ist. Ich weiß es nicht. In der Ewigkeit können wir diese Labels nicht aufrechterhalten, weil in der Ewigkeit gibt es eine totale Wahrheit, die wir jetzt die meiste Zeit, wenn wir in diesem Körper sind, nicht erfassen können. Ich glaube, so ein paar Leute, die sich aufmachen für mehr, erfassen bestimmt auch mehr, aber die meisten von uns sind da noch nicht. Also vergiss nicht, dass der Spielraum des Ego sich zwischen Argwohn und Bösartigkeit befindet. Das ist dein Spielraum. Im Grunde genommen macht das Ego nur seinen Job, um das zu erreichen, was es denkt, erreichen zu können, nämlich Ego-Autonomie, was natürlich niemals geht. Weil Ego-Autonomie würde bedeuten, dass wir getrennt von Gott sind und das geht nicht. Wir sind immer verbunden mit Gott, weil Ideen, und wir sind eine Idee in Gottes Geist, verlassen ihre Quelle nicht. Wir können nicht am Leben sein. Wir können nicht leben sein, wenn wir nicht mit ihm verbunden wären in diesem Moment. Wir können vergessen und wir können es verschütten. Wir können da einen Schleier vortun, aber wir können an dieser Verbindung nicht rütteln. Es ist unmöglich. Es geht nicht, denn nur die Wahrheit ist wahr und alles andere ist belanglos. Und dann frag dich mal, auf welche Seite das Ego gehört. Ich möchte gern die heutige Folge mit etwas schließen, was ich am Ende im Handbuch für Lehrer gestern gelesen habe, als ich dachte, über was sprechen wir heute eigentlich. Als ich dann irgendwie zufällig Seite 70 aufgeschlagen habe, habe ich das dann zu Ende gelesen und dieser Abschnitt geht dann auf Seite 72 zu Ende. Und da steht ein ganz, ganz wundervolles Gebet, was ich uns jetzt nochmal vorlesen möchte, bevor ich dann dich wieder in Ruhe lasse. Danke, dass du hier warst übrigens. Bedeutet mir immer sehr, sehr viel. Also, das Gebet geht wie folgt. Und nun sei du gesegnet in all deinem Tun. Gott wendet sich an dich, um Hilfe, um die Welt zu erlösen. Lehrer Gottes, seinen Dank bietet er dir an. Und die ganze Welt schweigt stille in der Gnade, die du von ihm bringst. Du bist der Sohn, den er liebt. Und dir ist es gegeben, das Mittel zu sein, durch welches seine Stimme rund um die Welt gehört wird, um alle Dinge der Zeit zu beschließen, um den Anblick aller sichtbaren Dinge zu beenden und um alle Dinge aufzuheben, die sich wandeln. Durch dich wird eine Welt hereingeführt, die unsichtbar, unhörbar und dennoch wahrlich da ist. Heilig bist du und in deinem Licht spiegelt die Welt deine Heiligkeit, denn du bist nicht allein und freundlos. Ich sage Dank für dich und verbinde mich mit deinen Bemühungen zugunsten Gottes, in der Erkenntnis, dass sie auch zu meinen Gunsten sind und für all jene, die mit mir zu Gott gehen. Amen. Irgendwie habe ich, während ich das für uns gelesen habe, gedacht und wieder geht es darum, dass wir das Belanglose ziehen lassen, ablegen, um die Wahrheit endlich zu erkennen und auszudehnen. Ich hoffe, dass dort, wo du gerade bist, mit den Dingen, die du gerade siehst, dass es dir gut geht und dass du Gott immer darum bittest, dass er, egal was sich im Außen zeigt, dir die Stärke und die Würde gibt, in Ruhe und in Frieden, dich dadurch zu manövrieren, dich dadurch leiten zu lassen vom Heiligen Geist. Ich hoffe, dass dem so ist. Ich denke an dich und ich freue mich, dass du heute hier wieder dabei warst beim Happy Cool Love Podcast. Pass gut auf dich auf. Und ich hoffe, in deinem Geist verweilt auch immer der Gedanke, dass du nicht allein bist. Wir sind nicht allein. Wir gehen diesen Weg nicht allein. Egal, ob wir uns erinnern oder nicht. Gott ist immer bei uns. Gott ist immer bei dir. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Bis nächste Woche. Deine Peri. Bis fella zu weinigern. Die Höhe! You'll find the gold Child, it's time to break the shell Life's gonna hurt, but it's meant to be felt You cannot touch the sky from inside yourself You cannot fly until you break the shell